Wir sind Mandragora, Thuringia, Klaus hat es schon passend angekündigt, wollte ich sagen, nicht gebetet, aus Thüringen. Du übertreibst nicht. Applaus für Klaus, ne? Danke, dass du den diesmal bringst und ich das nicht machen muss. Wir waren schon mal hier. Damals noch Unity hieß es, ja? Genau. Aber mein Sohn, der hier vorhin mit auf der Bühne stand, jetzt verschwunden ist, ähm, noch nicht mal ein Jahr. Jetzt ist er fast acht, er wird in drei Tagen acht. Man hat damals bei Seiten nicht so lange, genau, schöne Waffe geholt, ja? Wenn Papier auf der Bühne steht. Lass dir es schmecken. Also, die Ähnlichkeit ist unverkennbar, zumindest anhand der Frisur. Ja, aber er hat eindeutig die schöneren Haare. So, ihr wisst jetzt ungefähr, wo es musikalisch hingeht. Wir machen Bratwurstpöker. Jetzt ist der Moment, noch zu gehen. Jetzt gönnt er noch. Danach wird hinten abgesperrt. Hier ist der Mygdala! Tut doch nicht so, als ob er das Lied kennt. Ja, du natürlich, du bist Pender, das stimmt. Jetzt ist der Mygdala! Musik 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 Nach dem Leibstuhl kommt ihr nicht Geschlecht, gearmt, knallt an Lieb, die nimmst ihr den Hut Die Lebensflut geführt ein Blut Die Gefahr ist man nah Die Lebensflut, gearmt, knallt an Wie ein Mensch, ich fühle es Überfluter Mensch, in einem Kopf Erkommt damit, sieh Die Lebensflut, gearmt, knallt an 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 Das steht, daatic, knallt an Das steht, da heb ich Untertitelung des ZDF, 2020